Speziell für mich mit Swiss Skills zu messen mit allen anderen Konkurrenten. Wir sind ein mega cooles Team und einfach auch die Erfahrung. Es ist mega cool, ich finde es eine super Chance, dass wir hier mitmachen können. Für mich ist es eine Chance für eine Woche. Es ist eine Chance für eine Woche. Es ist eine Chance für eine Woche. Ich bin sehr froh, hier zu sein und die anderen zu beantworten. Speziell an der Swiss Skills ist, dass du gerade den Beruf siehst, wie er wirklich ist. Nicht nur auf den Fotos oder Videos, sondern dass du gerade siehst, wie wir hier arbeiten, egal welcher Beruf. Was ist das? Hier teilzunehmen gibt mir ein cooles Gefühl. Es ist etwas Gutes. Es ist für alle Schüler und auch für die Kandidaten etwas Tolles. Ich finde es speziell an der Swiss Skills ist, dass du deinen Beruf präsentieren kannst. Für die Schüler, die hier die Berufe anschauen können. Und auch, dass du mit dem Publikum einen Wettkampf für deine Klasse und Kameraden kannst. Was ist das für die Klasse? Was ist das für die Klasse? Was ist das für die Klasse? Ich bin sehr gut. Aber er hat ein guter Klasse. Ich bin auf die Klasse. Ich bin so, dass sie sehr gut die Klasse ziehen. Es ist egal. Vielen Dank.